wieder zu spät war ja wieder klar typisch zu spät ja 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 wieder fünf minuten nach der man kennt sie die fünf minuten wieder mal auf wieder mal auf maizeit umgestellt schon vorher klar wie geht es dir mein engel wie geht es gut und dir geht so hier rotz ich will ja nicht sagen wahrscheinlich oder also er kommt zwei den champion da hängt man rasiert ich habe wissen was dein chat sagt mein chat ist tot die sagen gar nicht das ist ein gutes game da war ich jetzt mal gut dabei ich will sagen wir fangen direkt an ob er das hinbekommt i doubt it die heidelbeere ich weiß es drei stück fehlen noch ich habe dich gedrückt ich habe ja du bist aber du hast mein glück fach und nein vor fachs sake oh scheiße ja warte ich versuch weiß ich nicht mehr ja aber toni sabotiert hier wieder das game das war auch wieder klar war zu erwarten also ist sie halt einfach ne das wollte ich nicht tut mir leid henke ne das ist echt oh nein ich bin hier auf der anderen seite oh henke oh toni oh gott das war ein Versehen boah das war einfach nur mies das war mies ja das war vorhin auch mies toni da hast du mal voll lang Zeit hä ja ja laberlich dünn die gibt mir die gute Zeit zum drücken der ich hatte die runde eh schon abgeschrieben weil es mir zu kompliziert war guck ich wie ich mir noch gemerkt habe in der kurzen Zeit drei sattst du möchtest du dich nicht in drei Minuten oh der Apfel war falsch das weißt du doch ja hallo ich weiß doch nicht boah was sagst du in germany calls asoziales ja hallo was hat er gemacht ach du scheiße der Seite ist der wichtigste oh mein gott das ist so anstrengend Wasserlabyrinth alle spieler müssen an drei Wasserlabyrinthen mit dem Ball mit dem Wasserstrahl von Stahl bis nach oben ins Ziel befördern das ist ein richtig krankes game pass auf wie funktioniert das aber ja siehst du gleich du musst mit dein du musst wie erst sehe ich mit Pfeiltasten passt mal gut und dann deine Auktionstaste also du F ich K und dann musst du dich so hochbefördernder als Ort der erste ist drin der Olga oh mein gott das ist hier unten passiert so ein Piststrahl einfach MAAANN HAH 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 Ich habe noch nie in meinem Leben so wenig Plan gehabt. Da bin ich mal wieder raus an der Stelle. Müsste so Dreh 2008 gewesen sein. 2007. Boah. What? Da, Philipp. Das war einfach. Franz Müttefering kennt man. Nö. Hä? Franz Müttefering. Du kennst Franz Müttefering nicht. Socki, 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 Socki. Dann geht das wieder los. Fängt wieder an mit dem Sacken. Monster Uni. Monster Uni? Das war, oh, das ist gar nicht so lange her. Das ist das Monster Inc. Das E-Rap-Ding. Ja, ich glaube, das war, war das nicht so 2015 oder so? Boah, Inke. Close. Ganz starke Nummer. Close, 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 close. 2013 war das. Boah, jetzt schon? Da auf jeden Fall in dem Zeitraum. Saferaum. Ja. Ähm, Christian Wulff, genau. Der ist nämlich zurückgetreten und dann ist Gauck nachgezogen. als parteiloser Bundespräsident tatsächlich. sehr interessant. Sehr interessant. Ja, knapp, also ich würde sagen, knappes Ding. Also man sieht, dass, ja, hab ich gut geschlagen, oder? Schnell, was sagt ihr? Wenn ein, äh, eins, äh, sechs gewürfelt wird, muss der eine fangen und der andere wegziehen. Ach so, da hast du Vorteil. Mach ich doch super schnell. Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich ging die nicht richtig mit. Hä, keine Sack was. Publikum langweilt sich zu Tode. Schnellereflexe. Ja, safe, Internet. Ja, Internet. Das ist echt ne Wurst, Yvonne, alter, geh weg. Auf geht's, I win. Fuck, so ne zwei. Weil, wie ist das, das war unfair, das war gemeint, das war, das hat gebackt da oben. Na, man kann da jetzt auch ne Wissen. Miese, miese Nummer. Hä? Was hat er gesagt? Da hat sich gar keine Mühe gegeben, der Penner. Noch gut gewürfelt. Junge, wie lang dauert das denn auf einmal? Digga. Der macht's richtig spannend. Digga. Er macht's anders spannend. Nicht beim falschen Wurf zu reagieren. Gönn. Ja! Entschuldigung. Ich hab so schnell durchs in den Kopf. Ja, klar, Tony. Äh, Lul. Alles ist noch offen. Mann, oh Mann, oh Mann. Noch nie so angespannt. Oh, nein! Oh Mann, ey! Jetzt so! Fuck ey! Zwei Spielzügen wird jeweils gewechselt. Ah, jawoll! Mann, ich muss auf den Chat schauen. Der muss nicht, der muss nicht. Scheiße, den Chat jetzt, so viel gewinnt. Ich übertrefft lieber alles, alles was, äh, L. Sondern einfach schreiben die so dazu und machen so Smile-Wähnen dran. Hahahaha! Ah, nein! Oh Mann, Tony! Ja. Hast du mal im Orchester gespielt, Tony? Nee. Hast du überhaupt nichts mit? Oh, was war das? Keine Ahnung. Klang wie ein Alphorn, wenn es das gibt. Nee, gibt's nicht. Schade. Ein Alphorn. War voll falsch. Wirklich ähnlich? Ja. Nächste Frage bitte. Oh. Das war irgendwas, irgend so ein japanischer Dings. Äh. Ich glaub, ich weiß nicht, was es ist. Wot ist? Warte. Scheiße! Boah, F. Nee, afrikanisch, afrikanisch, scheiße. Mal schauen, was als nächstes kommt. Eine Bratsche. Das gibt's auch noch. Das gibt's auch noch. Er weiß es auch noch, was es ist. Hier ist die richtige Antwort. Gambe. Was? Ah, da war ich. Okay, ist ne kleine. Ist ne kleine. Ist ne kleine. Einfach Gambe mit Bratsche wechselt los. Ach, scheiße. Hafe. Wieso sag ich's auch noch? Ich mein, obviously weißt du denken, aber wieso sag ich's auch noch? Gibt's nicht. Eine Renaissance-Hafe. Oh, scheiße. Scheiße. Mensch, bin ich froh. Schön. Schön. Ja, miese Brise. Also, äh, fast. Also, es war ein knappes Spiel auf jeden Fall. Wie viele Töne abgespielt wurden. Hey. Werden wir schon raffen, schätze ich mal, ne? Ja, das ist einfach. Schnell drauf. Klingt nach Musikunterricht, Flashback, siebte Klasse. Das ist so einfach. Dann fangen wir mal an. Ach so, wie viele das waren. Ich dachte, wie viele unterschiedliche sollen wir zählen, dachte ich. Seid der letzte auch noch dazu? Seid der letzte auch noch dazu? Glaub ich, kurz von acht. Jetzt hält das letzte auch noch dazu? Diese andere Ton? Dann lösen wir mal auf. Ich glaube, es war noch acht. Da kehrt sich wer aus. Oh, ne Moment. ist einfach falsch sein wo war das denn einfach auf welchem auf welchen ganz viel zu wenig er ist insane schwer ich hab doch recht ist wirklich so schwer ich will es nur ein show ich hab ich also wirklich ab ab hier bin ich raus steigt jedes mal ist ja ich sag 17 aber ich hab anders keine ahnung ja start ja das ist das geht einfach direkt vom top ausgemacht das ist natürlich mies von jetzt ich will links bis rechts ist so sehr ganz geil interesting ok wenn die kugels ziel tun wer ist ja die taktik aber schon raus nein oh mein gott ja ja der die hoch macht das ist eine richtige klatsche gewesen ich weiß nicht ob ich mich da sehe das ist geil ja ja oh mein gott ich sehe mich so krass da ich weiß nicht ob ich mich da sehe jetzt wird gequizzt wie hieß der sie nein hä ich hab i gedrückt ja war richtig auch noch äh ich hab natürlich u gedrückt hä pdf ich hab i gedrückt das mach ich gleich nochmal so bodybuilding digga ich drück j ja aber der geht auf k und die korrekte antwort ist bodybuilding ja ich will dich drücken ja drück du mal für mich dann das war leider nicht digga ich raffs nicht ich sag k druck mal k hä digga das ist ja komplett ich hab k gedrückt aber oder ist das gedreht kann sein ich hab kein k gedreht ich glaub es ist gedreht ja bei mir war es auch die ganze zeit falsch es ist verkehrt in k2 USA also Nordamerika genau genau wollte ich ja auch gerade sagen nein ach der k2 ach oh gott um gottes willen wie lautet Angela Merkels zweiter Vornack Angie Merkel Angel Angel Machen wir mal random shot Eritrea ja ich glaub es war Dorothea ach nein oh gott oh irgendwie ich hasse das mann die ist die auch nicht ja das war auch mies digga das war's komplett jetzt ist es auch mies wirklich digga ich hasse das mit diesen gespiegelten Tasten alter ja Flucht was nein nein Kopf rechnen du musst die Punkte zählen wir müssen die Punkte auf den Rücken einer Käfer zusammen du musst die Punkte zählen hier laufen die hin und her oder ja das ist so AIDS müssen die aufs genaue wissen oder warum Marienkäfer so schnell kann ich nicht echt nicht? ne ne ist richtig aber ich hätte einen Ticken länger gebraucht hast du einen Stuff länger gebraucht ja lass dich jetzt mal so durchgehen ich will einen Ticken so lässt er jetzt jetzt durchgehen war halt exakt richtig ja Lul ja viel zu viel viel zu viel viel zu viel viel zu viel ich weiß es nicht ich weiß es nicht ja viel zu viel ich hab 24 bitte 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 ne ist nicht richtig leider daneben 24 23 23 achso muss das von der Höhe sein ja i guess nein oh was wuuu baby ich lass mich nicht so leicht unterkriegen hast du halt gewonnen oder was lol abfahrt leute das in germany we call this a comeback gutes comeback ey i win i win jetzt kommt nochmal bitte zu wenden wo liegt was wo liegt was für den Henkmann jetzt kommt nochmal ein Wissensgame oh alter crazy komm jetzt kommt nochmal ein Wissensgame für Henkmann gib mir kein Wissensgame bitte 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 ja 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 tiere ich hab ein lexikon ja tiere tiere komm auf geht's ja das weiß ich bist du dran weißt du das 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 ist ein äh das ist ein bloodhound ein bluthund die richtige antwort wäre was ne ja oh mann das geht doch gut los hä die sind nicht scheiße die mastiff sieht noch versiffter aus ne scheiße der aber die sind voll ähnlich der sieht doch aus als er nochmal 3 line line kooks mehr gezogen da ist ne ente fuck war er schneller da war er schneller ein hausschwein wahrscheinlich oder wahrscheinlich ist ein hausschwein wahrscheinlich ist es ein v oder ein seehund und die korrekte antwort ist ein alaskahase ey manchmal ist das so einfach manchmal ist das zu schwer safe 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 das wird die nächste runde gewinnen ja das ist so das ist auch unfair das kannst du jetzt rein carryen das ist die richtige antwort das kannst du jetzt rein carryen das letzte mal auch schon gemacht hänke das weiß ich genau nein dafür habe ich früher in minecraft glittern gelernt man ich kann es drücken wie ich will du bist doch vor mir gewesen hänke ich habe reingedittert wie sonst was französische bulldogge hä nein 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 ich habe brillenbär gedrückt hä brillenbär achso hast du auch gedrückt ne das sieht so aus wenn du mit einer maus drückst wickelt sich heute noch etwas neue runde neues glück drück was ist das ne goldfliege du bist ne goldfliege da ist keine goldfliege hier ist die auflösung da ist die goldfliege ey das ist so scheiße das ist Kärpfen wo ist er ein Seelfeldchen ist was ach ich wollte kurz sagen ich habe Kärpfen gerade nicht gefunden komm eywin du wirst noch ein Punkt eywin ich will da jetzt rein als wir zu meinem Leben gehen das sage ich dir aber hallo das war gut komm 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 eywin abfahrt abfahrt ja sag ich sag ich jetzt werdet ihr bald ins schwitzen kommen komm eywin auf gehts komm was ist das mailen sie dich ist es ist auch mailen sie dich oder sag mir das ist so unfair sag mir das ist so unfair das ist so unfair ey ganz ehrlich wenn ein Seeadler Seeadler wo sieht das aus wie ein Seeadler was ist was ist mit diesem Tier so ähnlich wie mit einem Seeadler chat die Latent real talk safe unfair oder sag ehrlich ich habe gedacht dass morgen mein Oberarm wehtut Goldfliege Gold da kommen so alle Fliegen auf einmal hier Henk man muss sein Lexikon durchblättern weiß er nicht jaha und dann Toni auf der anderen Seite Henk wie dumm bist du eigentlich ganz ehrlich das ist so frech ich bin ich bin über mehrere Runden sehr solide und gut gespielt nenn ich das jetzt machst du mir auf einmal Musik an Henk ich will doch nur raus aus dem Spiel ich habe Bock auf Lady Gaga hören mit mit schnitzern mit 2 2 2 2 2 3 2 3